Herzlich willkommen auf KRONE.at und KRONE.tv. Nach langer Zeit melde ich mich endlich wieder mal nicht aus dem Studio und auch nicht aus dem Homeoffice, sondern ich habe mich hierher ins Tennisleistungszentrum in der Südstadt begeben und zwar mit einem sehr namhaften österreichischen Tennismanager zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit findet für uns. Hallo Günter Presnick, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Dankeschön für Ihre Zeit. Wie darf man sich denn so den Alltag momentan hier in der Tennisakademie vorstellen? Wo wird trainiert, wie intensiv wird trainiert und wie viel Mühen gibt es organisatorischerweise, was die Einhaltung der Sicherheitsbeschränkungen angeht? Ich muss sagen, das ist jetzt schon sehr gelockert wieder. Seit 1. Mai ist eigentlich normaler Betrieb mit den Leistungsjugendlichen und seit letzter Woche so auch, dass da mehr als zwei oder drei Kinder Platz spielen können. Also abgesehen vom Mundschutz und von den Desinfektionsmitteln merkt man da von der Corona-Krise wenig. Wie sehr stört Sie es denn, Sie werden jetzt wahnsinnig überrascht sein, dass ich den Namen Thiem in den Mund nehme, oder wie sehr nagt Ihnen noch, dass eben Dominik Thiem seit geraumer Zeit hier nicht mehr trainiert und mit ihm auch seine Spätzl oder die hoffnungsvollsten Tennisspieler Österreichs, Nowak, Ofner und Rodionov? Ja, dass die Geschichte mit Dominik mir natürlich sehr weht, ist klar. Das ist quasi fast eine Lebensaufgabe für mich gewesen. Sehr schwer für mich ist auch der Verlust von Wolfgang, der nicht nur ein super Trainer für mich war, sondern ein langjähriger Freund. Dass Rodionov woanders trainiert, das berührt mich wenig, weil mit dem habe ich vorher auch nicht trainiert. Und dass Ofner und Nowak mitgehen mit Thiem ist für mich auch klar. Ich meine, das ist ein eingespieltes Trio. Die haben das hier praktiziert, wo die das dann praktizieren, glaube ich, ist es wurscht für die. Solange sie zusammen sind, wird das gut funktionieren. Was haben Sie für Gründe dafür oder welche Gründe wurden Sie herangetragen, eben von den genannten Spielern? Gründe gibt es da gar nicht, aber es ist naheliegend. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, mit einem Spieler wie dem Team Dominik zu trainieren, würde ich die immer wahrnehmen. Ganz egal, ob ich da Österreicher oder Ausländer bin. Das ist für mich der kommende Mann, der steht auf drei in der Welt. Und so einen Trainingspartner jetzt nicht zu nützen, das wäre absurd. Wie ist Ihr aktuelles Verhältnis zum Team-Team? Herrscht da komplett Funkstille oder gibt es vielleicht zarte Annäherungsversuche, um es ein bisschen pathetisch zu formulieren? Nein, überhaupt nicht. Aber die blöde Geschichte da mit dem Intewo, wo ich ihn bezeichne, da war es Future-Spieler und Dings. Das sind Geschichten, die natürlich das Verhältnis nicht verbessern. Aber stehen Sie zu dieser Aussage? Sie haben ja damals gesagt, Wolfgang Thiem wäre ohne Sie oder ohne Ihr Zutun ein Klubtrainer in Sebenstein. War das gescheit? War das wirklich Ihre Meinung oder haben Sie in der Emotion dann auch über das Ziel hinausgeschossen? Ich habe das definitiv gesagt. Wie die Karriere verlaufen wäre, wenn das jetzt nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, das steht in den Sternen. Aber es ist auf keinen Fall solche Geschichte für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber hin und wieder lasse ich mich zu so blöden Aussagen schon hinweisen. Gibt es irgendein Bestreben von Ihnen, sich wieder anzunähern an das Team-Team? Haben Sie das Bedürfnis, den Kontakt zu suchen? Nein, das Bestreben ist ja nie von mir ausgegangen. Als Trainer sucht man sich ja nicht die Spieler aus, sondern es ist im Tennis so, dass man sich als Spieler die Trainer aussucht. Und damals war es naheliegend, weil der Wolfgang bei mir als Trainer gearbeitet hat. Und der Dominik da immer dabei war, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja jetzt schon hundertmal durchexerziert worden. Werfen Sie sich was vor? Das ist wahrscheinlich für das Verhältnis auch letztendlich nicht einmal förderlich gewesen, dass meine Rolle da so quasi besonders hervorgehoben worden ist. Das mag für einen Sportler und das ist scheinbar auch für die Eltern ein Problem sein, wenn jemand da als Teammacher bezeichnet worden ist. Und dass das so ist, glaube ich, werden alle Leute, die das beobacht haben, bestätigen. Aber es kann sein, dass das ohne weiteres Verhältnis zu einem Trainer dann belastet. Ich habe mit Dominik nie ein Problem gehabt, mit seinen Eltern nie ein Problem gehabt. Und wie das jetzt zustande gekommen ist, ist für mich bis heute eigentlich ungeklärt. Aber werfen Sie sich persönlich gar nichts vor? Oder würden Sie retrospektiv betrachtet etwas anders machen? Oder sagen Sie, solange ich nur mein Gesicht wahren kann, gehe ich den Weg, den ich gegangen bin? Also ich wüsste nicht, was ich da... Der Erfolg gibt mir ja recht. Es ist so, dass der Dominik seit 2016 den ersten Zehn steht. Er war 2017 schon mal Nummer vier. Also da hat sich nicht viel geändert, dass er in einem Zeitraum Tennis spielt, wo halt drei oder vier Allzeitgrößen spielen, die er alle schon geschlagen hat. Das muss man immer dazu sagen. Auch in der Zeit, wo du noch gut gespielt hast, ist natürlich ein Pech, sonst wäre er eh schon Nummer eins. Oder er hätte wahrscheinlich schon so ein paar Grenzländ-Titel am Buckel. Und die Form, wie er letztes Jahr in Paris gespielt hat und heuer bei den Australian Open, die gibt er ganz klar vor, wo die Reise hingeht. Und meine Aufgabe als Trainer ist halt in erster Linie einen Sportler zu entwickeln. Und das ist bestmöglich passiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt viel besser zu machen gewesen wäre. Was den Umgang mit der Umgebung anbelangt, kann man im Nachhinein immer dann spekulieren, was wäre besser gewesen. Aber ich bin kein Mensch, der sich verbiegen lässt und da gehe ich lieber Stein anklopfen, bevor ich was mache, was man nicht legt. Ich mag mit Ihnen eh nicht ausschließlich über die Causa Team sprechen, aber einmal muss ich es noch versuchen, weil Sie natürlich auch in anderer Hinsicht eine spannende Person sind. Zum Beispiel haben Sie sich ja durchaus wortreich zuletzt über die Verteilung der Gelder im österreichischen Sport, nicht im österreichischen, sondern im internationalen Sport und überhaupt in der Gesellschaft Gedanken gemacht. Günter Bresnik hat zum Beispiel gemeint, sinngemäß, nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf den Wortlaut fest, dass es schon ein bisschen pervers ist, wenn man sich überlegt, wie viel ein Ronaldo pro Tag verdient und wir parallel dazu Probleme haben, medizinisches Personal angemessen zu vergüten oder zu entlohnen. Zu diesem Thema in einem anderen Causa oder einem anderen Kontext hat sich auch Dominik Thiem Gedanken gemacht, nämlich eh im KRONE TV Interview. Er hat auch wieder sinngemäß gemeint, er sieht nicht ganz ein, warum er zum Beispiel Spielern, die es in der Weltrankliste nicht ganz nach vorne geschafft haben, sein Geld schenken soll. Das war so ein kleiner Seitenhieb oder ein Wink mit dem Zaunfall auf die Initiative der Big Three. Das Argument von Thiem ist, es gibt genug Spieler, er weiß das aus eigener Erfahrung von der Future Tour, die dem Sport eben nicht alles unterordnen. Deswegen gibt er, Thiem, sein Geld lieber Organisationen, die es wirklich brauchen. Wie stehen denn Sie zu dieser These vom Team? Gehört, so wie es Federer und Djokovic und Gantal vorschlagen, den Spielern, die sich ab Top 100 abwärts bewegen, Geld gegeben? Dominik und ich sind momentan jetzt nicht in bester Verbindung, aber ich muss sagen, da muss ich ihm Recht geben. Ich lasse mir von niemandem vorstellen, wann und wem ich was zu spenden habe und in welcher Form. Der Dominik ist sicherlich jemand, der mit seinem Geld jetzt nicht geizt. Also der ist einer, der durchaus bereit ist zu unterstützen. Also in karitativer Hinsicht meinen Sie jetzt? In karitativer Hinsicht, auch im Sport selber. Wenn der unterstützt in Österreich den André seit mehreren Jahren, das ist ein vielversprechender Jugendlicher, da gibt er sich Mühe. Es ist so, dass die Verteilung dort, dass man jetzt allen Spielern, die zwischen 200 und 600 stehen, jetzt jeden 10.000 Euro zukommen lässt, einmal grundsätzlich zu überdenken, weil das ist auch wieder absurd. Da fallen ja Leute wie Murray und Zonga rein, die in ihrem Leben genug verdient hätten. Andererseits gibt es in den ersten 100 Spieler, die gerade erst dort reingerutscht sind, noch nicht einmal wissen, wie sie ihre eigene Karriere finanzieren. Die dann zuzuzwingen, zu spenden, halte ich für übertrieben. Also wenn das auf Selbstständigkeit beruht, dann finde ich es in Ordnung. Das sollen die großen drei auch machen und die können sich das leisten. Ich weiß, dass selbst ein Mörder Geld gespendet hat für diese Aktion. Aber im Endeffekt ist es so, dass der Sport halt für mich irgendwie so der Darwinismus schon vorherrschen sollte. Und wenn man sich selber nicht durchsetzen kann, dann kommt man nicht durch. Und Unterstützungen und Subventionen gibt es für mich eh schon in einem Ausmaß, dass jetzt die Tennisspieler da nicht unbedingt auch noch einbezogen werden müssen. Milman hat sich ja auch zu dieser Causa geäußert. Darauf angesprochen habe ich ja erst ein Team darauf angesprochen. Der hat allerdings gemeint, ja natürlich bräuchten wir Unterstützung naheliegenderweise. Er sagt aber, der Wahnsinn ist eigentlich, dass wir die Pandemie dazu brauchen, dass die großen drei draufkommen. Kann man dieser These nicht auch was abgewinnen? Sind die Gelder nicht unfair verteilt? Das stimmt. Es wird ständig diskutiert über die Verteilung der Preisgelder. Auf der einen Seite ist es sehr schön, dass das einmal sehr, sehr hoch geworden ist. Es ist so, dass man bei den Grenzenamtunnen heutzutage, wenn du die erste Runde verlierst, schon ein beträchtliches Preisgeld bekommst. Sprich, wenn du das erste 100 bist, kannst du dir sicherlich eine Saison einmal locker durchfinanzieren. Reicht wirst du nicht damit. Aber das hängt damit zusammen, dass Tennis eben ein Einzelsportler ist und da alles finanziert werden muss. Man darf nicht glauben, dass ein Tennisspieler jetzt 1 Million Euro Preisgeld im Jahr verdient, dass er dann 1 Million am Konto hat. Das kommt einmal die Steuer vor Ort weg, die ganzen Ausgaben. Einer der 1 Million verdient ist schon als Spitzenmann, der wieder im Jahresende da wahrscheinlich überbleibt mit 200.000, 300.000 Euro, was sehr viel Geld ist. Aber wenn man bedenkt, dass der dafür einmal 10, 15 Jahre trainieren hat müssen, wo er investiert hat, danach nicht weiß, wie es weitergeht, weil es ja nicht so ist, dass man Tennis spielen kann, bis man uralt ist. Also ist das teilweise für mich nicht einmal überbezahlt. Wenn es Leute gibt, da halt im Jahr dann 50, 16 Millionen Dollar und Euro verdienen, ist es sehr, sehr viel Geld. Aber das muss ich sagen, das richtet sich einfach nach einem Markt. Solange genug Zuschauerinteresse an dem Sport ist, Sponsoreninteresse groß ist, dann ist es gerechtfertigt. Also es gibt andere Berufe, die meines Erachtens zu wenig verdienen. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Sportler auch weniger verdienen müssten. Aber das sind Dinge, die sollten sich am freien Markt selber regeln. Und damit sind wir eh schon durch die Hintertür irgendwie in die Corona-Thematik hineingeklitten. Und die ist ja insofern spannend, als man ja gerade diesen freien Markt in Corona-Zeiten versucht zu hinterfragen von gewissen Seiten. Können Sie mit der These etwas anfangen, das man auf den Punkt bringen will, dass gerade Corona zeigt, dass der Markt eben nicht funktioniert und der Markt nicht alles regeln kann? Die Diskussion gibt es ja auch im Fußball, Salary Cap und Co. Ich finde, dass so eine Situation, wie sie jetzt ist, mit der kein Mensch noch richtig umgehen kann, es gibt keine Erfahrungswerte. Dass es da jetzt Bereiche gibt, die nicht klar verstanden werden und auch abgedeckt werden können, ist vollkommen klar. Der Zugang grundsätzlich, muss ich sagen, ist für mich auch super gewesen. Wenn man sich anschaut, wie das in Österreich abgehandelt worden ist und auch meines Erachtens in Deutschland und einigen anderen Ländern, ist das eigentlich sehr kimpflich verlaufen. Woran das liegt, werden die Wissenschaften in Zukunft dann eigentlich klar klären können. Und sich da jetzt einzumischen, wo es da gescheiter gewesen wäre, das halte ich für absurd. Und auch die Tatsache, dass das noch nicht so jetzt wieder im Laufen ist, wie es viele Leute gerne hätten. Ich bin froh, dass so wenig passiert ist in Österreich. Ich habe mich an das Ganze sehr strikt gehalten. Und die wirtschaftlichen Folgen sind für viele Leute sicherlich katastrophal. Aber was sind wirtschaftliche Folgen zu einem verlorenen Menschenleben? Diese Gegenüberstellung wird es immer geben. Man weiß nicht, was gewesen wäre, wenn. Weil man kann ja das nicht zurücklaufen lassen, noch einmal und anders probieren. Also so gesehen muss ich sagen, dass für mich die Notwendigkeit, dass Wissenschaftler die Entscheidungen treffen und die Politik das umsetzen, hier das erste Mal im Ernstfall praktiziert worden ist. Und ich glaube, dass es für viele andere Probleme auch richtungsweisend sein wird. Aber ein bisschen haben Sie ja genau dieses Prozedere in der jüngeren Vergangenheit schon auch hinterfragt, wenn ich es richtig interpretiert habe. Günter Presnick hat ja im APA-Interview gemeint, die Entmündigung der Bürger, die würde Ihnen sauer aufstoßen, sinngemäß. Weil die Menschen nur mal vor dem Fernseher sitzen und die Moderatoren anbeten, sozusagen. Ich frage das auch Sie, speziell mit einem gewissen medizinischen Background. Günter Presnick hat ja Medizin studiert. Wie haben Sie denn als Mediziner oder wie hat denn der Mediziner in Ihnen diese Corona-Thematik? Verfolgt auch die Ansage, dass dieser Lockdown alternativlos war? Erstens habe ich Medizin nicht fertig studiert. Ich habe das leider nach dem achten Semester abgebrochen. Zum Entmündigen, das ist auch anders dargestellt worden. Für mich war immer, ich schätze Politiker über alle Wassen. Viele von denen arbeiten ja ehrenamtlich und die, die das hauptamtlich machen, sind meine Sachen noch nicht überbezahlt. Das sind Gagen, die halte ich durchaus in einem vernünftigen Bereich. Meine Forderung war immer nur, dass eben Politiker sich in Sachfragen, sei es bildungspolitisch oder gesundheitspolitisch, die sind überfordert. Und dafür können Wissenschaftler her. Das ist diesmal praktiziert worden. Wobei es auch in der Wissenschaft eine extrem breite Range an Meinungen gibt. Zwischen, das ist eine harmlose Grippe bis hin zu, es gibt 100.000 Tote. Das ist richtig, das ist dort, wo man halt, aber in dem Fall, wo es doch zumindestens zu Beginn definitiv den Eindruck erweckt wurde. Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, die mir gesagt haben, wenn man sieht, wie schlecht es Leuten geht, die an einer schweren Coronavirus-Erkrankung gelitten haben, ist grauslich zum Anschauen. Also die gehen gleich elendiglich zugrunde. Und da ist mir dann schon bewusst worden, dass das keine harmlose Grippe sein kann. Ich habe auch zwei Bekannte gehabt, die beide aus St. Anton sind, die eines drei Wochen und dann zwei Wochen im Koma gelegen. Da ist mir dann schon bewusst worden, dass das nichts ist, das man mit einer normalen Grippe vergleichen sollte. Wenn es im Nachhinein trotzdem dann als harmlose Grippe heraussteht und nur ältere, nur und dann für solche ältere Leute gefährdet werden, ist es wieder ein anderes Thema. Aber eine Situation wie in Italien, wo es sicherlich kein Mensch haben, dass man jetzt vom Gesundheitspersonal so überfordert ist, dass man entscheiden muss, wer da jetzt behandelt werden kann und wer nicht. Dass nicht alles richtig laufen ist, das ist klar, aber das kann es nicht und das sollte man auch niemandem vorwerfen. Ich gehe mir davon aus, dass sowohl die Politiker als auch die Wissenschaftler das mit bestem Wissen und Gewissen gemacht haben, auch wenn sicherlich noch nicht alles perfekt funktioniert hat und noch immer nicht funktioniert. Wie geht es Ihnen genau vor diesem Hintergrund, den Sie jetzt sehr anschaulich dargelegt haben? Damit, wenn Djokovic ganz öffentlich sagt, er ist gegen die Impfung an sich und erst recht gegen eine Impfpflicht. Was sagt er, wenn auch nicht fertig studierte Mediziner Günter Presnick, dem Herrn Djokovic, wenn es um die Frage geht, sollen wir die Impfpflicht einführen, sobald es einen Impfstoff gegen Corona gibt? Mit dieser Bevormundung habe ich immer ein Problem. Aber wenn mir Wissenschaftler, also Experten, in dem Fall Ärzte, glaubhaft vermitteln können, dass das ein, auch die ganzen Nebenerscheinungen, das darf man nicht vergessen, wenn ein Impfstoff noch nicht lang genug in der Praxis probiert worden ist, wird das ein Problem sein, weil man die Nebenwirkungen nicht kennt. Und da würde ich mir einfach mehr Zeit lassen, das jemandem vorzuschreiben und den dann mit teilweise dramatischen Sanktionen da jetzt quasi zu zwingen, das liegt mir überhaupt nicht. Aber an und für sich, also wenn man als halbes gebildeter Mittel Europäer davon ausgeht, dass Impfungen absurd sind, dann hat man meines Erachtens einen Fallback. Hat er denn den Djokovic? Natürlich hat er keinen Fallback, aber ich meine, die Ansage, dass Impfungen grundsätzlich schlecht sind, ich möchte auch kein Versuchskaninchen für ein neuer Impfstoff sein. Ja, also deswegen dauert er das auch so lange. Es mag sein, dass es schon irgendwas gibt, das jetzt grundsätzlich wahrscheinlich wirken würde, aber man nicht weiß, was hat das für Nebenwirkungen. Die Zeit wird man sich halt lassen müssen, aber so deppert wie es ich bin, wenn ich mich da jetzt äußere, was gescheit und was vernünftig ist, ist es bei vielen anderen Sportlern auch. Also ich gebe lieber Auskunft über die übersportlichen Belange, als über irgendwelche Dinge, was Impfstoffe haben. Aber man hört ihnen halt auch wahnsinnig gern zu, wenn sie über andere Dinge abseits des Tennissports sprechen. Alle nicht, alle nicht, die meisten halten mich für arrogant und deppert. Ich gerade schon, aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Sache, da muss man jetzt rein objektiv schon noch nicht raushalten, aber rein thematisch finde ich es absolut legitim und auch einmal spannend, wenn man mit einem Sportler oder mit einem im Sport verhafteten Menschen über Themen abseits des Sports sprechen kann. Und diesbezüglich habe ich jetzt ein Zitat auch von Djokovic vorbereitet, das ihre Meinung über Djokovic vielleicht noch einmal in eine bestimmte Richtung lenken wird. Weil er nämlich auf Instagram in einem Live-Gespräch mit einem offenbar recht bekannten Esoteriker gemeint hat, und ich muss jetzt runterlesen, damit das Kartl auch endlich einmal zu meinen Satz gab. Ich kenne einige Menschen, die es durch energetische Umwandlung, durch die Kraft des Gebets, durch die Kraft der Dankbarkeit schaffen, die giftigste Nahrung oder das am stärksten verschmutzte Wasser in heilsames Wasser zu verwandeln. Macht Djokovic jetzt, indem er das tut, und diese Botschaft einer Unzahl von Rezipienten, ich glaube 600.000 Abrufe hat dieses Video gehabt, zugänglich macht, nur Recht von seinem Gebrauch auf freie Meinungsäußerung, oder ist das Humbug, den zu veröffentlichen gefährlich ist? Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann halt ernst nehmen und ausprobieren, schmutziges Wasser trinken und glauben, dass man das anderswörtlich beeinflussen kann. Sicherlich eine gefährliche Geschichte, aber jeder, der Viktor Frankl gelesen hat und seine Geschichte über den Aufenthalt im Konzentrationslager, da werden, gewisse Wahrheit steckt da sicherlich dahinter und über die Macht des Verstandes und des Geistes kann man natürlich diskutieren, wie weit das zieht, aber es geht sicherlich auch in den Gesundheitsbereich rein. Ich habe vor kurzem mal ein langes Interview mit einem Spezialisten über die Zirbeldrüse angeschaut, das ist das Zentrum des Gehirns, was sich dort alles abspielt und was über emotionale, in der Folge dann hormonelle Steuerungen ausgeht, das ist schon bewundernswert und dass Leute mit, das nennt man dann im weitesten Sinne heutzutage, Leute, die mental stark sind, sehr viel damit erreichen können, das ist für mich unbestritten, weil das erlebt man ständig im Sport, also warum sollte sich das auf andere Belange jetzt nicht auch übertragen lassen? Wenn wir von mentaler Stärke sprechen, dann können wir zum Abschluss noch einmal elegant die Kurve zum eigentlichen Metier, nämlich zum Tennissport machen, da mag ich Sie ganz gern als, wie sagt man, Prophet missbrauchen. Wann wird denn wieder Tennis gespielt, so wie es die Menschheit gewohnt ist, nämlich mit vollen Stadien? Und was halten Sie davon, dass man vielleicht nicht ausschließlich Geisterturniere veranstaltet, sondern dass man vielleicht in einem 15.000 Zuschauer fassenden Stadion 5000 Korten verkauft? Das Szenario mit den großen Stadionen und wenig Zustand, das taugt mir prinzipiell einmal nicht. Das taugt mir auch im Fußball nicht, ich halte das dann eh alles schon viel zu sehr fernsehlastig, wenn die Leute nur mit dem Haus sitzen, ich finde die Atmosphäre in einem Stadion zu genießen. Sky bejubelt gerade Rekord, Zuschauer zahlen. Das kann ich mir vorstellen, aber wenn das Schule macht, dass die Leute nur mit dem Haus sitzen und sich Sport vom Fernseher anschauen, das Fahrrad nicht betreiben und dann nicht einmal zuschauen aktiv, das ist auch traurig. Also ich finde, volles Fußballstadion, volles Tennisstadion natürlich auch für die, nicht nur für die Atmosphäre, für die Zuschauer, sondern auch für die Spieler unten für unerlässlich. Also ich glaube, dass das Niveau dadurch auch leiden würde. Wenn es im Tennis wieder losgeht, ist es schwer zu sagen. Ich meine, die Lösung jetzt im Fußball ist für mich vielleicht aus wirtschaftlich Gründen notwendig und es mag sein, dass das Fernsehen das noch eine Zeit lang finanzieren kann. Auf Dauer halte ich das für unwahrscheinlich. USA Open sind realistisch? Also in New York momentan, ich bin jetzt nicht so interessiert daran, wie der momentane Stand, was gesundheitliche Dinge anbelangt, in New York ist. Aber glaube ich eher nicht. Ich gehe davon aus, dass, wenn es alles gut läuft, und das Wesentliche ist bei dem Tennissport einfach, dass so viele verschiedene Athleten aus verschiedenen Ländern an einen Ort kommen und am nächsten Tag oder nächste Woche dann wieder an einen ganz anderen Ort fliegen, dass man das Woche für Woche, so wie das die letzten Jahre meines Erachtens sinnvoll praktiziert worden ist, dass sich das wieder durchführen lässt. Das halte ich also, würde ich sagen, erst frühestens mit Anfang nächsten Jahres für wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass die Vorbereitungsturniere und dann das Australian Open, hoffe ich, wie das so abläuft, wie es heuer war. Also spannende Zeiten, wir bleiben selbstverständlich dran. Günter Bresnik nehme ich an, natürlich auch. Und wenn Sie denn irgendwann fad ist, dürfen Sie gerne im richtigen KRONE-TV-Studio auch einmal aufschlagen. Würde mich freuen. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Achso, mein Kameramann deutet mir gerade, ich muss da rein auf Wiederschauen sagen. Tue ich natürlich sehr gerne. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.